Hey Leute und willkommen zurück zu The Flame in the Floor. Ich habe ja auch gemacht zwei Teile von diesem angezockt, was noch so viel zu entdecken gibt. Ich werde hier mal eine Falle jetzt bauen für den Hasen. Wir brauchen nur mal was zum Essen. Ich freue mich, wie benutze ich das jetzt. Anwenden. Okay. Bin ich einmal gespannt. Gehen wir mal weg hier. Und ich komm. Ja. Nein, es ist aber anders rein. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Ah, wir sind da rein gekommen. Perfekt. Perfekt. Brutal, aber ja. Effektiv. Mann, das war fies. Das war echt fies, ne? Also wir haben ja kein Lagerfeuer hier. Sollte man ja weiter gehen? Das ist eine Temperatur von uns eigentlich. Sieht man das irgendwo? Du ist Körperdeparatur, Humor zu Humor. Ah, okay. Alles okay. Jetzt haben wir einen Hasen. Fast die Eposaline. Einen Hasen gefangen. Dann fahren wir mal weiter. Nach links und rechts spielen, das ist ein bisschen schwierig. Haben wir herausgefunden. Dann werden wir da so ein bisschen rundherum schiffen. Uh. Schwierig, schwierig. Hoppla. Ja. Oh, die Musik spielen. Das wäre schon geil. Mal sehen, wann wir als nächstes hinkommen. Man treibt ein Auto rum. Ist die Welt irgendwie im Wasser untergegangen? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Uh. Hey, kann man ihn anlegen? Beute. Okay. Ein Gefäß bekommen. Eine Gasbombe entdeckt. Ja. Wie geil, dass man hier in so einem Ufer auch sowas findet. Jetzt gehen wir nach rechts. Ah, da zuerst. Ah, geht das? Schaffen wir das? Ah, wir haben es geschafft. Huh, knapp. Wenig Vorräte. Okay. Mal sehen, was es hier gibt. Schon mal nichts, leider. Hey, hier kann man so Gefäß auffüllen. Das ist schon mal geil. Sehr gut, sauberes Wasser. Es gibt hier Löwenzahn. Was auch immer man damit machen kann? Hase. Was ein Wildschwein. Okay. Noch mehr Hasen. Jukka. Huah. Greffen es das an. Huah. Ach du Scheiße. Okay, 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 weg, 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 weg. Wie jagen wir jetzt dieses Wildschwein? Das ist die gute Frage, ne? Aber Medizin haben wir jetzt ja auch nicht, ne? Verletzung. Verband oder Neeset brauchen wir, ach du Scheiße. Schiene vielleicht? Brüchen nur. Vergiftung? Neeset brauchen wir eine Angelschnur. Für Verband brauchen wir Alkohol. Na toll. Sind wir verletzt, fängt das schon gut an. Oh, wenn ich nur das Wildschwein sehen würde. Wo es hin ist. Ah, jetzt kam es schon wieder. Na ja. Das fehlt uns immer sofort. Ah, Scheiße. Nicht gut, nicht gut. Ich glaube, wir sollten das hier lassen. Oh, fuck, oh fuck. War nicht jetzt irgendwo dringend Alkohol? Hört sich gut an. Oh, fuck, oh fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Was? Mal sehen, ob wir das hier erreichen. Ah, ja. Okay. Gibt's hier irgendwie was? Wann wir uns dann heilen können? Hm, hm. Was haben wir hier? Rohrkolben. Aber wir sind schon wieder voll. Unser Hund leider auch. Das ist schlecht. Oh, okay. Maulbeere, oh, ich kann aber mal essen. Könnten wir mal weg essen. Also das hier alles mitnehmen, was ich mal brauche. Bist sumpfig hier, ne? Setzling, ok. Hm, sieht schlecht aus mit Alkohol und Angelschnur. Aber wir brauchen was zum Heilen, sonst werden wir nicht lange leben. Ok, wir sind voll damit. Aber abgrey! Ok, hier gibt's auch was. Nichts zusammen, ok. Hier gibt's Leids auch nichts, was wir brauchen. Boah, schlecht. Verarztet ihr eigentlich noch eine Maschine? Können wir das machen? Ah, wir sind voll mit Militar. Rohrkolben. Hat auch Rohrkolben, ok. Werfen wir weg. Achso, sie haben wieder hingeworfen. Hoppla. Ok. Auf einmal eine Schiene und benutzen sie, wenn's geht hoffentlich. Benutzen, genau. Jetzt kriegen wir nämlich was. Als Belohnung. Muss ich das jetzt hier abgeben, oder? Wo gebe ich die Quest ab, ist die Frage. Hm. Na ja. Was braucht man wirklich mit gebrochenen Knochen? Ich meine, Lagerfeuer kann man auch nicht bauen, wenn man keinen Feuerstein haben, ne? Ah, ist schon ein schwieriges Spiel. Töte ich den Hasen? Ja. Ah, ok. Was braucht man für einen Beutel eigentlich? Ah, das ist ein Failure-Neh-Satz. Oh man. Auf jeden Fall. So viele Sachen hier, ne? Ah, die haben keinen Feuerstein. Das ist ziemlich schlecht. Oh, uns geht's nicht gut. Das war unser erster Versuch, aber es sieht nicht so gut aus gerade. Für mich gibt's auch keine Schlafmöglichkeit. Da fehlt lieber anders, was Besseres. Aber hier zum Beispiel. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich hab ein Feuer gesehen. Ah. Es gibt Feuersteine, immer ein brennendes Feuer. Das ist schon mal gut. Da sehe ich noch wieder solche Sachen. Wirbelzahn. Ah, ist das Feuer? Ja. Schon mal gut. Schon mal gut. Was haben wir hier in der Kiste? Feuerstein. Erst suchen wir erstmal Kohle. Perfekt. Dann setzen wir uns mal ans Feuer. Bisschen gemütlich. Da haben wir nie im Himmel da platzt, ne? So, was, was. Mal den Angelhaken rüber geben. Ah, es kommt ein Gewitter aus der Weg, ne? Kochsfleisch. Sehr geil. Löwenzahntee machen wir auch mal. Vergiftungen. Ich sollte mal noch einen Hammer bauen, ne? an der hammer stein haben wir mal lumpen dafür mal lumpen wieder herrn die arme da geht es nicht gut noch mal was ist denn regen anflug also nass ist auch nicht gut erstmal was essen das war schon mal gut jetzt versuchen da rein zu gehen das feuer ist mich auch ausgegangen schlafen erst mal hoffentlich überschlafen wir den regen jetzt in vier stunden zu mir nicht was haben wir jetzt es ist kalt draußen was wenn die ziel in der toll er will wenn sie kriegen aber haben es ist immer den tee einfach trinken und er macht gar nichts ganz schweres spiel eigentlich nur das war schon mal gut und ne satz oh es ist ja oder und sind e satz verbraucht ja sieht so aus ausstatten anziehen die dicke jacke sehr schön ja jetzt sind wir schon viel besser ausgerüstet man sieht sogar sehr schön aber wir haben noch immer ein problem feuerstein lumpen 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 was wollte ich mit lumpen stein haben wir genau die größten abgeschlossen also wirklich in gebrochene knochen reparieren ah jetzt brauchen wir einen speicher dann können wir dort ein lagerfeuer holen aber jetzt haben wir Benzellin ist das problem kann man es nicht mehr herstellen da ja ah Moment 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 ist das Feuer jetzt wieder an wenn wir uns hinsetzen sieht nicht so aus ne ah sie zündet es an perfekt das kann ich Benzellin herstellen oh Gott war das knapp wir haben es echt geschafft ne sehr schön Löwenzahn kommen wir essen bringt das was 51 52 nur toll nur 1 also hey wir sind wieder voll da und ein bisschen Hunger links waren wir noch nicht oh noch eine Kiste sehr gerne noch ein Feuerstein auch gut also jetzt nein das Spiel ist gefährlich das brauchen wir jetzt wieder Aloe na toll das Spiel mobbt uns an allen Ecken das ist wirklich schwer ne das ist wirklich schwer ne auch hier können wir uns ein Feuer abholen das Lagerfeuer ist immer zu voll schon wieder wenn wir die Federn rüber geben das Fehl rüber geben Nein! Nicht konsumieren! Alter! Hast du es selbst umgebracht. Hast du sonst ne neue Aufgabe? Kliniker? Okay, wir müssen eine Klinik mal finden. Oh, das ist ein Schwein! Achter Schein! Nicht nochmal, Alter! Nicht nochmal! Nein! Nicht aber erst verletzt. Gefährlich, wenn man keine Waffe hat. Kein Bogen, gar nichts. Schwierig. Schwierig-schwierig. Puh! Leicht ist das Spiel nicht, aber es macht wirklich Spaß und sieht so cool aus. Geht so aus, ja. Jetzt sind wir leider durch Gift-Efeu gelaufen, natürlich. Irgendwas ist immer. Angeschnur, sehr schön. Uah! Ist das angeschön. Kommen wir da durch? Ist das nur ein Schatten? Ja. Leider gar nichts. Nichts zum Anlegen. Ah, da vorne wieder. Neiii! Wir haben es gerammt. wieder zu dem Rechten. Was ist das? Für ein Zeichen? Zeichen für ein Haus oder was? An, Köder, Unterschlupf. Okay, okay. Sehr nice. Das klingt mir irgendwo Aloe. Wollen wir alles mitnehmen? Ähm. Ähm. Es sieht sich daher nicht so aus. Gefäß. Angeschnur, sehr geil. Das Gefäß wollen wir auch mitnehmen. Ähm. Ah, fuck. Ähm. Wer fährt jetzt mal das Seil weg? Neii! Ah, das ist falsch. Ich hab's wieder genommen. So. Das haben wir auch. Leider gibt's hier nicht viel sonst. Ist auch nichts versteckt. Neii. Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Ich find's cool. Auch mal die Optik und so weiter. Viel Spaß, Leute. Haut rein und ciao.